Die Pyramide. Oberflächenberechnung. Hallo, das ist ein Ägypter. Und das ist seine Pyramide, die Cheops-Pyramide. Die höchste ihrer Art in der Welt. Gehen können wir vielleicht schon wie ein Ägypter. Aber können wir auch rechnen wie ein Ägypter? Schauen wir uns diese Pyramide mal etwas genauer an. Sie hat eine Grundfläche und vier Seitenflächen. Sie wird quadratische oder auch regelmäßige Pyramide genannt. Vermessen wir nun mal die Pyramide. Die Grundseite A ist sieben Zentimeter lang. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com